Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss fordert dazu auf, dass Taiwan mehr Unterstützung von anderen Ländern erfährt. Truss wurde von der Prospect Foundation, ein taiwanischer Think Tank, dazu eingeladen, eine Rede darüber zu halten, wie und warum die internationale Gemeinschaft Taiwan bei der Reaktion auf Chinas wachsende Aggression helfen sollte. Truss kam letzte Woche Dienstagabend in Taiwan an. Sie ist die erste ehemalige britische Premierministerin seit 27 Jahren, die Taiwan besucht, nachdem Margaret Thatcher 1996 nach Taiwan gereist war. In ihrer Rede sagte Truss, Taiwan stehe an vorderster Front im globalen Kampf um Freiheit. Sie sagte, ihr Besuch diene dazu, ihre Unterstützung für Taiwan und seine Bevölkerung zu demonstrieren. Laut Truss haben die westlichen Länder die Verantwortung, Taiwan zu unterstützen und China in den kommenden Jahren zur Rechenschaft zu ziehen. Truss traf während ihres Aufenthalts in Taiwan auch Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident Lai Qingde. Während des Treffens mit Tsai wurde über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen Taiwan und Großbritannien gesprochen. Dieses soll die bilateralen Beziehungen beider Länder stärken. Truss' Reise wurde von der chinesischen Botschaft in Großbritannien stark kritisiert. Sie sagt, ihr Besuch sei ein politischer Trick, der die Spannungen über die Taiwanstraße weiter verschärfen werde. China hat in der jüngsten Vergangenheit als Vergeltung militärische Übungen durchgeführt, sobald Taiwan von hochrangigen Politikern besucht wurde. Anlässlich des Besuches von List Trust ist bisher aber noch keine Warnung vor solchen Maßnahmen herausgegeben worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017